Hallo, willkommen bei Unger und unseren Lifehacks zum neuen N-Light Stangensystem. Los geht's! Die Klammern an den N-Light Stangen lassen sich super einfach mit einem Finger öffnen. Aber die Stange ist für Rechtshänder gebaut. Was tun, wenn ich Linkshänder bin? Ganz einfach, ihr könnt die Hebel auch anders herum einsetzen. Löst zunächst die grüne Schraube an den Klammern der Stange. Entnehmt Schraube und Hebel. Vertauscht nun die Seiten und schraubt den Hebel von links wieder fest. Fertig! Nun profitieren auch Linkshänder von einfach zu öffnenden Klammern. Mit dem N-Light Stangensystem bleibt nichts so wie es war. Vielen Dank fürs Zuschauen! Ok, und noch was. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert, um über neue Videos informiert zu sein. an. ein. einem. A. 1. 1. 1. 1. 2.